Hallo ihr Lieben, ich lade euch ganz herzlich ein, zu dem Interview reinzuhorchen, das Roswitha und ich gerade geführt haben. Es ist ein wundervolles Interview geworden, wir haben gemeinsam einen so berührenden Raum eröffnet, sind in unseren Herzraum eingetaucht und möchten euch als Zuhörer alle mit dort hineinbringen, euch dort hineinbegleiten, sodass jeder von euch in seinem eigenen Herzraum Platz nehmen kann. Diesen erfährt als sein eigenes Zentrum und am Ende dieses Interviews erwartet euch ein Live-Channeling von Salvador, der ein Lichtwesen ist, der durch mich als Medium zur Sprache hier kommt, also der durch mich spricht und eine Botschaft an euch hat. Ich lade euch ganz herzlich ein und ich freue mich sehr, sehr, wenn ihr mit uns diesen Raum betretet. Alles Gute! Alles Gute!